Wir wollten eine ganz neue Maschine bauen mit einem ganz neuen Konzept. Eine, die durch ihr außergewöhnliches, hochwertiges Design beim Waschkunden punktet. Und auch technisch gesehen mehr, ja viel mehr kann als alle anderen Portalanlagen zuvor. Wir wollten eine ganz neue Benchmark setzen. Eine smarte Maschine sollte es werden. Eine, die mitdenkt, ihre Chemie perfekt dosiert und gezielter einsetzt denn je. Die das Optimum aus dem jeweiligen Waschprozess holt. Die Qualität und Geschwindigkeit perfekt in Einklang bringt. Eine intelligente Maschine, die digital steuerbar ist. Die genau in unsere Zeit und natürlich darüber hinaus passt und dabei die Vorteile der Digitalisierung maximal nutzt. Eine Maschine, die per Computer oder Smartphone easy und schnell konfiguriert oder angepasst werden kann. Ohne Expertenwissen. Eine digitale Anlage, die nicht starr, sondern maximal flexibel ist. Per Mausklick, übers Internet. Also von jedem Ort der Welt aus. Das war uns wichtig. Wir haben ihr genau die Flexibilität eingebaut, die man braucht, um Tageszeiten, Jahreszeiten, Stoßzeiten und natürlich dem wechselnden Wetter gerecht zu werden. Das gab es so noch nie und wird eine ganze Branche verändern. Nur ein Beispiel. Die neue smarte Dosierung der Waschchemie sorgt jetzt dafür, dass im Sommer die durch Insekten starker beanspruchte Kühlerpartie im Gegensatz zum Rest des Fahrzeugs mit besonders viel Chemie besprüht wird und so leichter zu reinigen ist. Wir finden das ziemlich smart. Um diese Vorteile aber stets perfekt nutzen zu können, darf die Maschine nicht ausfallen, die Chemie nicht plötzlich zur Neige gehen und vieles mehr. Über ein Monitoring-Tool ist eine schnelle Ferndiagnose und Wartung möglich, sind Füllstände transparent und Ausfallzeiten werden vermieden. Letztlich steht über allem unser hoher Anspruch an uns selbst als Innovations- und Weltmarktführer. Das hat uns vor langer Zeit zur Nummer eins gemacht. Und das wollen wir bleiben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020